Hallihallo meine lieben und willkommen zu meinem neuen Video und heute mit den grünen m2123 guten tag ja ähm nicht wundern wir uns also der ist wirklich von mir vor allem was du dir in die wendel gekackt hast also äh darum soll es aber heute gar nicht gehen und zwar gibt es heute in dem video wir sind gerade übrigens auf griefergames.net in dem video geht es jetzt darum wir gehen jetzt einfach zu leuten einfach zufällig auswählen und zu denen gehen wir dann und wünschen ihnen frohe weihnachten und alles richtig auf ich suche mal den ersten aus ich mache zufälliggänger an ne ich bin gespannt zack stopp stopp magino kost msg äh ph äh magino magino kost gehen wir auf sein zweites gs ja magino kost zweites gs ja weil das am ersten ist er nicht ja ok auf sein zweitens sehe ich ihn gerade auch nicht warte ich gehe mal auf sein drittes 2000 jahre später ok jetzt mache ich mal zufassgenerator ok ich zuf- ich habe einen zufassgenerator ok der anfangsbuchstabe ist b und jetzt lasse ich mit tab aus ok wir haben den bei lumi warte ich schreibe ihn mal an ne msg bei bei husch ich bin jetzt gerade bei seinem ersten gsm da hat er einen shop drauf aber ist nicht da bei lumi hi das premium ok das wird ja was werden wenn man den frohe weihnachten wünschen und ich kann gerade irgendwie nichts essen keine ahnung und manchmal muss man das deck aufteilen weil dann das machen wir so ein bug so ich habe jetzt mal getrieben wo er ist am spawn ok ok dann gehen wir zu dem hat er gemacht an den sporen und dann muss man so richtig auf frühe weihnachten also weihnachten also so richtig ok bei lumi msg ich suche mal ich sage ich egal mit dieser gitter er auf dem chat eigentlich nebel und in jahr ich singe doch selber doch dir hier ist er hier ich verfolge gerade jeder es ist ja ja msg ok ich wünschen jetzt frohe weihnachten übrigens ist kleiner spoiler und damit sie das datum gerade wir haben gerade keine ahnung welchen worten aber deutschland gegen schwingen gespielt und hat 2 zu 1 gewonnen nur damit sie das datum einteilen können damit man auch gerade nicht gerade zum weihnachten zeit aufnehmen frohe weihnachten er schickt es ich habe es ihm auch geschickt frohe weihnachten schauen wir mal wenn er als erstes zurückschreibt und vor allem was er zurückschreibt er schickt deine geschenke hier deine geschenke mach dann mal bitte ein screenshot von seiner antworten ok und schick es mir dann falls er das ding macht damit ich es in das video einblenden kann ok der reagiert richtig geil wir können doch aufs steak raushauen ähm ich schreibt mal ähm ich schreibt mal ähm ich ich es ist es ist der es ist es ist ich habe im modu fröhliche gesendet schön schön ich hab schön dass heute 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 heil 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 er schreibt mir wir haben juni abend abend ist abend ist abend ist und was hast was hast du geschenkt bekommen ich frage mal was er geschenkt bekommen nein wir haben den 24. dezember hab ich ihm geschrieben ich hab ihm geschrieben was er was er geschenkt bekommen hat ist das dein ernst wir haben den 24. dezember hab ich ihm geschrieben was hast du geschenkt bekommen hast du schon geschenkt ok hast du geschenkt ja passt ich hab vor allem gefragt was er geschenkt bekommen hat ich hab ihm sowas gab es als weihnachtsessen schreibt mir das endlich mal zurück bis jetzt warum jetzt mir mal eben auch warum jetzt mir mal eben auch warte ich hab jetzt mal in chat hä hä wer denn toll irgendwann später du ich hab ich frage nochmal was er geschenkt bekommen hat was er geschenkt bekommen hat wie einfach ich schreibe warte ich frage mich mal hier was du 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 bist du ja bist du krank es ist mir mal schon mal ne ne bist du bist du bist du ne ich schreibe bist du krank äh bei uns ne bei uns liegt ein halber halber Meter Neuschnee ne bei uns liegt ein halber Meter Neuschnee ne 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 frohe Ostern was ne 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 das ist einfach zu geil ich hatte es übrigens schon mal auf cam ausprobiert und da haben es nicht so geil reagiert muss ich ehrlich sagen warte mal da ist ein freund da ich mache ich schreibe den an ja das mache ich warte ich mache mit dem weiter du schreibst die man mit der neue schnee es gibt ja die die haben auf haben auf haben auf dem weihnacht weihnacht die ist die dächer abräumen müssen müssen weil der schnee 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 so schwer alle wer so leid müssen wegen dem schnee was gab es zum essen ich habe gerade geschrieben da die mussten die mussten auf dem weihnachtsmann die dächer abräumen was in halbem er bei weiß ich sonst wegen schnee wer denkt sich jetzt auch bloß so was es geht ja wie er da steht übrigens soll es gerade mal keine ok ich habe ich habe es die gebrannte mann 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 war vor allem aber vor allem wir schreiben alle mit deutschland ja deutschland und Ich hab voll schlechtes Internet wegen dem Schneesturm, hab ich ihm geschrieben. Die gebrannten Mandeln waren tropfen lecker. Okay. Die Reaktion ist okay. Ich schreib mal, habt ihr kein Schnee. Das hab ich gerade aus Versehen in dem Ding. Nee, er schreibt so, nee. Habt ihr kein Schnee? Ja, hab ich auch geschrieben an der so, nee. Bei Lumi oder dem anderen Ding? Ja, bei Lumi. Nee. Der andere hat doch nicht. Nee, okay. Nee. Ähm, ich frag mal, ähm. Warte, ich frag mal. Willst du zu mir kommen? Willst du zu Weihnachten? Nee, ich frag mal. Ist es wenigstens kalt bei euch? Also heute war es eigentlich wirklich nicht warm in Deutschland. Also zumindest bei uns jetzt nicht. Ich hab mir jetzt geschrieben, willst du... Vor allem, aber vor allem, ich find's ein... Äh, es ist... Noob. Äh, also no... Ähm, noob. Bei uns hat es... Minus... 15... Grad. Bei uns hat es minus 15 Grad, hab ich geschrieben. Äh, so, das war's mit der heutigen Folge von... Äh, wir schreiben Leute da auf Weihnachten an. Schaut auf jeden Fall mal bei Grimmelmonster vorbei. Ja. Der ist natürlich... Oh, äh, ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und die Person hat eigentlich mega cool reagiert, weil ich hab das... schon zweimal off-cam ausprobiert und die haben einfach... ne, ganz so geil reagiert. Aber, ja. Ich hoffe euch hat es gefallen. Und, äh, bis zum nächsten Mal wieder. Ciao! Ciao!